Sport ist für mich eine wahnsinnig wichtige Energiequelle. Ich glaube, was wichtig ist für Leute, die sich sportlich betätigen wollen und vielleicht vorher noch nie wirklich Sport betrieben haben, ist, dass man sich auch wirklich realistische Ziele setzt. Für mich ist es auch extrem wichtig, täglich Sport zu treiben. Das heißt auch in Momenten, wo man vielleicht mal den ganzen Tag unterwegs ist, sich einfach mal 10 oder 15 Minuten zu nehmen. Für jede Muskelpartie gibt es einfache Übungen, die man wirklich ganz, ganz ohne Probleme im Alltag schnell und einfach ausführen kann. Sei es jetzt zum Beispiel für die Schulter- und Armmuskulatur der Liegestütz, für die Rumpfmuskulatur die Sit-Ups oder auch für die Beine zum Beispiel die Kniebeuge, die eine sehr, sehr gute Übung ist, um die Beinmuskulatur zu stärken und einfach im allgemeinen Alltag dann auch wirklich auszuführen ist.